Kaum eine Präsidentschaftswahl in der Geschichte der USA war von so vielen Variablen geprägt wie diese. Nach dem Verzicht von Biden gilt nun Kamala Harris als aussichtsreichste demokratische Ersatzkandidatin für das Weiße Haus. In jedem Fall hat China keine Präferenz für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen, da die USA unabhängig vom Wahlsieger weiterhin eine harte China-Politik verfolgen werden. Die rasanten Twicklung Chinas wird von den USA oft mit Misstrauen betrachtet, die sich in den internationalen Beziehungen und im internationalen Handel weiterhin auf ein Nullsummenspiel einlassen, da Washington es vorzieht, die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eher als Wettbewerb zu betrachten. Dennoch sehen viele Länder die Beziehungen zwischen den beiden Ländern eher als Partnerschaft, die auf gegenseitigem Nutzen beruht. Das Wirtschaftswachstum Chinas hat das Leben der chinesischen Bevölkerung verbessert und einen riesigen Markt mit steigender Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen geschaffen, wobei die wachsende Gruppe der chinesischen Mittelschicht einen lukrativen Markt für hochwertige Produkte aus westlichen Ländern eröffnet. Die USA sollten daher akzeptieren, dass der bilaterale Handel kein Nullsummenspiel ist. Schließlich kubelt das Wachstum der chinesischen Wirtschaft die weltweite Nachfrage an und kommt den Handelspartnern zugute, indem es neue Exportmöglichkeiten eröffnet. So haben beispielsweise Unternehmen aus der Europäischen Union von der chinesischen Nachfrage nach Luxusgütern, Automobilen und hochwertigen Industrieerzeugnissen profitiert. Durch die Förderung der Handelsbeziehungen und den Abbau von Handelshemmissen können China und die EU zu beiderseitigem wirtschaftlichem Wohlstand gelangen. Das Nullsummenspiel, bei dem der Gewinn des einen den Verlust des anderen bedeutet, ist aus meiner Sicht längst überholt und kontraproduktiv. Stattdessen müssen die Länder in ihren internationalen Beziehungen einen Wing-Wing-Ansatz verfolgen. Dieser kooperative Ansatz fördert ein Umfeld, in dem Innovationen, Ressourcen und Wachstum gemeinsam genutzt werden, was insgesamt zu mehr Wohlstand führt. Eines der größten Probleme in der Wahrnehmung der Entwicklung Chinas im Westen sind die weit verbreiteten Missverständnisse und Änste über die Absichten der Volksrepublik. Um diese Missverständnisse und Änste abzubauen und die Zusammenarbeit zu fördern, müssen beide Seiten einen offenen Dialog führen und Vertrauen aufbauen. Daher sollte der Westen den Aufstieg Chinas als Chance für mehr Kooperation und nicht für Konfrontation begreifen. Meiner Ansicht nach sind die potenziellen Vorteile, die sich aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der technologischen Innovation, den Investitionen, dem kulturellen Austausch und dem Aufbau von Vertrauen ergeben, beträchtlich. Wenn der Westen diese Chance nutzt, kann er seine wirtschaftlichen und technologischen Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig zur globalen Stabilität und Wohlstand beitragen. Anstatt unnötige Änste und Misstrauen zu schüren, sollten die westlichen Länder, insbesondere die USA, mit China vernünftig und zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten. Ich bin Willi Kohn und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.